Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 12x12 Minuten Morgengymnastik. Heute mit gut gelaunt in den Morgen. Wir wollen heute gut gelaunt starten, deshalb richte dich gleich mal auf, denn eine aufrechte Haltung macht gute Laune. Denk dir eine Krone auf deinem Kopf, heb dein Brustbein nach diagonal oben an, lass deine Knie etwas durchlässig. Ich mache uns heute ein bisschen Musik an, du atmest durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, nochmal ein und wenn du ausatmest, zieh deine Schultern hoch, einatmen, nach unten, nochmal aus, ein, bleib da, kreis die Schultern, rechts und links, nach hinten, ganz entspannt. Du darfst jetzt auch deine Knie, wie du schon siehst, mache ich automatisch, beugen, nochmal. Werde etwas größer, nimm deine Arme mit, nochmal. Immer wieder an die Krone denken, auf deinem Kopf, nochmal deine Schultern, nochmal deine Ellbogen und dann schiebst du die Arme zur Decke, rechts und links. Sprei zurück deine Finger, ziehen, nach unten rück, mit der Faust ziehen. Gleich nochmal. Denk an deine Körpermitten, Spannung, letzten und jetzt schiebst du beide Hände hoch, hoch. Nochmal, letzten vier und Arme locker, ganz locker lassen, werde schneller mit den Füßen, roll ab, Tempo. Immer noch. Was auch sein darf, darfst du auch deine Hüfte mitnehmen, wenn du möchtest. Jetzt gehst du, gehen, gehen, gehen. Sehr gut. Noch vier Mal, drei noch, mach einen Schritt nach rechts, rechts, links, einen Schritt hin und her, Arme locker. Nimm die Arme, lass sie mit taugeln, rechts und links. Zwei Schritte nach rechts, schau mal, eins, zwei, eins, zwei, ein Kreis vor dir. Engel an die Krone, auf deinem Kopf. Nochmal. Nochmal einen Schritt, einen hin und jetzt zwei. Einen. Zwei. Zwei. Einen. Zwei. Einen. Super. Zwei. Bei zwei bleibst du zwei. Hin und her. Mach weiter. Schau mal. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Du kannst noch zwei Schritte machen. Alles richtig. Cha, cha, cha. Nochmal. vier noch warm wird es auch drei noch mal einen einen gehen gehen jetzt gehen mit rechts raus raus wechseln links 3 2 jetzt wird schneller mit rechts hier bleibt wir hier noch 32 wechseln links 32 wechseln wenn du willst was von ganz kleinen kreis wechseln kreisen 3 wechseln drei stück 1 2 wechseln geht auch so noch mal kreisen letzten und marschieren hier bleiben dann rollst du noch mal die füße ab von der fußspitze auf die ferse ganz locker und während du abholst kannst du schon ein bisschen twisten und mit dem twist auch dein oberkörper schultergürtel mit bewegen mit der bewegung nach rechts 1 2 3 und links 1 2 3 rechts bleibt mal hier so die arme jetzt noch mal 4 3 2 wechseln 4 3 wechseln noch mal letztes mal hin und her hier bleiben und wenn du möchtest anspringst du so ein bisschen sprung hopsen hopsen macht gute laune finde ich hopsen geht auch so kleiner werden kleiner werden kleiner werden hier bleiben lockern jetzt mal nach rechts mal nach links in alle möglichen richtungen dich auslockern schütteln atme ein nach oben und nochmal aus lass locker ein roll nochmal aus ein jetzt bleibst du hier oben halte schultern tief streck deine knie zieh dich auf deine fußspitzen kannst die arme auch so ein bisschen mehr öffnen kann flächen zum boden drehen gut stabil haltung bewahren und müssen lockern so richtig ausschütteln arme beine ich hoffe du bist gut gelaunt wenn man nicht so ganz denk an die haltung genau also dann denk rück dran dich mal aufzurichten zu bewegen denn das macht eigentlich immer gute laune finde ich bewege dich so wie du dich wohlfühlst lass die schulter nochmal so richtig nach hinten unten fallen vielen dank fürs mitmachen ich freue mich riesig wenn du lust hast unten gefällt mir zu drücken oder netten kommentar zu hinterlassen vielleicht hast du auch lust meinen kanal zu abonnieren kostenfrei vielleicht möchtest du auch meine arbeit wertschätzen danke der link wäre unter dem video heißt deine unterstützung mit monatlich 2,50 Euro oder 5 oder 10 Euro was es dir wert ist könntest du mich unterstützen kannst du auch jederzeit wieder abändern ansonsten lade jemanden ein sich mit zu bewegen wenn du möchtest diese ganze übungsreihe findest du da oben bei dem infopunkt oder auf meinem youtube kanal in den playlists da gibt es noch ganz viele andere videos die geordnete nach themen oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen training ich freue mich schon bis dann